hallo leutis wie ihr hört bin ich nicht ganz auf dem damm ich habe mir eine schöne grippe weggeholt und von daher habe ich minecraft erst mal auf ausverkauft gesetzt wer es trotzdem bestellt muss ein bisschen warten wenn ich gesund bin werden die bestellungen wieder gemacht und denkt daran unter meiner festnetztelefonnummer gibt es keinen calltelefon support oder sowas bis dann